Ich hab für Riven 2 Skin Fuck, ich hätt'n Legis genehm sollen Hast du Schwarzforst? Na, ist halt der Legis gepflegt, ja Oh, Alter, ladst du grad hoch? Das liegt bei uns auf 6% Also Ich lade doch eh noch ein paar, muss runter Oh, jetzt geht's ran Doch, ich glaub' gerade noch muss runter 20 Merkt's man, Alter Naja, Blitzkönig ist auch schlimm 40 Oh, Toaster Race Na, aber Anivia gewinnt Oh Anivia's schon bei 70 80 Eben Anivia, flieg! Oder, was auch immer ein AD Yay, ich hab' 100% Hallo Jetzt crank' immer noch bei 85, 86 Wie viel hab' ich, 100, 90? Ja, alle bist fertig Gewonnen! Jetzt crank' hatte nicht mal 100, aber scheiß drauf So, da ich ein AD bin So, und jetzt crank' ihn jetzt I remember your sacrifice Soll ich ne AP Tristana machen? Mh, wir könnten ein AD gebrauchen Ah, ja, okay, stimmt Na gut Wär jetzt so cool, aber ich glaub' wir könnten ein AD wirklich mehr gebrauchen, weil wir ja so ein Spusswiffeln und die sollten Tanki spielen Hiiii Ich muss aber sagen, ich hab' Tristana auf einmal gespielt Oder AP Ich muss sagen, ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal Riffen gespielt hab' Ich mach' mal so hier Ein Bilt-Einblad ist mehr als genug für die Läge von dir, die du immer für dich verhaut hast So, was war was? So, was war was? Minions haben gespawnt Okay Minions haben gespawnt Minions haben gespawnt, oh mein Gott War ja schon früher geschwungen Ah Dann Ich glaub' ich hab' grad vier Leute gestartet GG Oh mein Gott, Barrier Die hätte glaub' grad' je wem' den Arsch gerettet Hat die eigentlich nicht Naja, die waren doch schon Die kam zu spät und wenn... und Heal ist eigentlich besser als Barrier Ja, stimmt Jey Ach, sie ist tot Hallo Hallo Willst du dich mal... Ja, Louis, willst du dich mal mitgucken? Ihr leckt irgendwie Du leckst Oder ich leck Und dann Den Blitzquing Aufpassen Sie sehen mich! Sie sehen mich, du lachst! Sie sehen dich, du lachst! Füte Poro! Füte Poro, oder man wird reportet, ne? Die Anivia ist ja voll klein! Ja! Ja! Wutz! Kann man mit irgendjemandem werben? Okay! Ich versuch's! Komm, wir werden ge-crapped! Ich versuch's! Soll ich zuerst such's, gell? Bruder, oder ihr? Y! Okay, Y! Cool, und da muss man überlegen, halt vor dem weh machen, ob er auch... Es ist ein Funktion! Es ist eine Lösung, das ist immer mit Näh, ausleucht jetzt mal nicht! Oh, so kann ich äh... M-Dry ist jeder ja von... Aber der hat auch gesprungen, schade! Boah, der Damage, der, der, der Damage! Nääähähähähähähähäh! Schade fühlt sich ein großzud 법iger wirkt! Ah- foah! Eine ähähähähähähähähähähähähähähähähäähähähähähähähähähähähähähäh espera! Wie spef zerst Tag im Dream? Das ist der Minion-Block, Alter. Nein. Ich hab nicht mal genug Geld. Yay, dritter Kill im ganzen Spiel. Ich würd mal gern wissen, wo ich den Kill her hab. Geklaut. Wahrscheinlich. Natürlich. KS halt, ne? Oh, der töt mich Koki, ey. Ich hab dich gerechtert. Der tötet mich, Dankeschön. Weeeey. Ja. Schade, ich kann kein Exhaust aktivieren während meines Eis. Vielleicht Deluxe Exhaust, um das zu kriegen. 250 Schaden, Alter. Geh vor. Lass mal leben. Lol, der hat mich dick getroffen. Määäh. Kein Problem. Muaah, muaah. Blitzcrab mich, ich mach instant Stunt. Ich hab nur 46 OP los. Boah. Das ist also noch gar kein Charme, den ich da mache. Schein! Du bist so wichtig, was ich dir mache. Will jemanden, in Gage? Der mit wenigstens Mana, oder? Ok, weg mit diesem Ding anfangen Ich hab doch einen Gaget Oh, der hat mir keinen Damage gemacht Oh, 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 oh Ich glaub, ich krieg gleich drei Kills, wenn der andere Oh, der, neiger Dueck, doch Warum seid ihr eh so Lowlife? Weißt du, hier haben wir alle Lowlife Nein wir sind alle Lowlife Ja wir sind alle Lowlife Ich gebiedern, ich gebiedern שלglück hat er kず keine Ulti mehr Roblank ist sogar zweimal Lowlife Ja, sorry, alter Was hab ich tot? für diesen beiden macht es nicht wie los wie wir ich hätte gern ein paar skillschutten es gibt es mit Tristana er wird aber das ist uncool heilige Scheiße ich lebe noch mehr Euro gemacht das weiß ich allerdings auch nicht hier im Verbrauch vielen zwanzig und er wird er ja die BD Egal Gott die Köln Oh lol Nö Auf Ehrlich Sei froh da ist kein Fleisch ab Oder bereit hab Löst denn weh Auch nicht bereit Hohoho Wenn er krittet, was hat Schaden? Eine Kette, eine Bolognese, komm Bolognese? Ich wusste, dass sowas kommen wird Der hat Gorki die ganze Hölle mitgeschossen Das find ich frech Äh, du hast den falschen Gealed, Bro Ich könnte engagen und stunnen, soll ich? Ha Naja, jetzt auf jeden Fall nicht Ich weiß nicht warum, aber ich kaufe nur Schuhe Aha Quitt an ihm, weil er einfach so scheiße langsamer ist Erstmal noch schön in die Ulti laufen Den Erz abgefangen Oh, uh Oh, uh I've had it Too spät Stop it! Damage Oh, oh, die I've had a beast! Ha 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 Ich lebe noch Ich lebe noch Nur guck wie lange Wenn die letzten Kuh reinwurft, ich wär lange Oh Eww Oje oje Oh je oje U mal Ist wie viel hast finde ich Damage gepfressen 1.000 Leer, ein Wettbewerb! Ein Wettbewerb wurde geschlagt. Ein Mitglied wurde geschlagt. Nein, da unten versteckt er sich ja da! Autsch! Oh Gott! Knapp! Vorbei ist er auch daneben. Was?! Die hat mich doch nicht getroffen?! Ich ja auch, einer. Kein Fall! Aber man läuft doch nicht da ziemlich weit raus! So, hab ich euch mal gekriegt hat! Dann hat sie wie um mich noch erwischt! Und was war nach sie hier erwischt? Und was war nach sie hier erwischt? Und was war nach sie hier erwischt? Da waren mehr als gedacht drin! Wieso bist du Solone, Herr Fietchen? Weil ich Nahkämpfer bin! Was ist deine Entschuldigung? Ich bin ein Vogel! Und Blitz hat eine Elektroattacke! Ich lege gerade! Das ist klar! Das ist klar! Der Merlekt ist mega! Ne, jetzt geht's weiter! Das stimmt! Was ist das? Hoch! Der Damage! Ich muss wohl meine Geheimwaffe kaufen! Nein! Den Mana-Pot! Nein! Danke! Hä? LOL! Ja, so, das ist gerade gemacht! Was?! Ich hab ihn verschoben! Er hätte fast einen Triple! In dem Moment, wo er seine Scheiße gemacht hat, hab ich ihn einfach verschoben mit meiner Wand! Das hatte Style! Ja! Ja! Aber Full-Cooldown, oder? Oh! Der hat, der hat, der hat einen Cooldown drinnen! Oh! Ha! Ha! Danke, Gott! Ey! Sniper-Ulti, ey! Meins! Wie ich immer noch lebe! Gleich hast du wieder... Du hast dein Ei! Stund! Jetzt wär'n taktischer Tod sinnvoll! Ja, aber die kriegen das einfach nicht hin! So, einmal nur so ein bisschen, und dann müssen die anderen dich beschützen! Oh, schade! Nein, Kratos! Alex probiert zu sterben, die anderen probieren zu überleben! Verdammt! Oh, das war doof! Ich fasznuch hier niemand! Ja, ich dachte, er geht in den Bursch, das war voller Indus, ich jetzt nicht! Ich hätte als Blitzkrank Ulti gemacht! Ja, du, er ist ja nicht so sozial! Ja! Ey! Er klaut dir nicht! Du bist uns aus Versehen! Ich habe das aus Versehen mit Absicht gemacht! Genau! Da ist jemand! Ja, ich weiß! Hilfe! Oh! Hab's gesehen, da war jemand! Ja! Jetzt hat er noch rein aktiviert! Irgendwie hier kommt kein Team voran und es ist schon so viele Kills gefallen! Ja, stimmt! Ah! Bitch! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Wie verlieb ich noch? Das weiß keiner so genau. Aua! Aua. Nein. Nein. WTF? Legendär, Alter. Alter! Das kommt in den Titel. Oh Gott, du nimmst wieder auf, Alter. Jetzt weißt du noch rum, das ist auf Band, das war doch geil. Das war nicht für unser Team, aber... Oh mein Gott! Ja, schief. Alter, ein zauber Quaterkill. Das ist Kathos, ne? Press Artu Pentakill. Oh mein Gott! Wunder das Ding. Ich habe irgendeinen Scheiß offen. Okay. Ich glaube, ich nenne den Titel Press Artu Quater... Eh, Patek. Press Artu Kill. Press Artu Kratos. Press Art... Eh, eh, eh. Ja genau, Press Artu Kratos. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Ja. Ich will den Titel verraten, ey, ich bitte. Press Artu Legendary. Oh, oh. Tschüss. Bist du wieder zurück mit deinem B, oder was? Ja. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber... Komm. Geile Chance, ey. Tschüss. Oh Gott, der Damage. ... Hier? OrGH! OrGH! Build-Meer. Wie immer, ey... Deswegen spiele ich echt gut. Ach ja, übrigens. überdienst und hat gibt noch unterdenken AAH! LOL Danke! Beschützt mich! Achso Schützt? Hilfe, 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 Hilfe! Gott! Der hilft dir auch nicht mehr! Ich muss unbedingt so Piera ausmachen also ich hab das Internet, ich hab nur 17 Frames Ähm... Frames haben nichts mit... Ja und ich hab'n Hyping Och ne, nicht schon wieder Quartal Kannst du wieder lang? Komm, irgendwann kommt auch ein Panther Überhaupt irgendjemand hier, der mir hilft? Ich will sie doch hier Das ist was ne Ruhe, Katus Oh, der hättest dich nicht hinstellen sollen! Boom Der Katus ist aber auch verdammt schlecht Naja, ach, zwölf nicht Aber, der Blitzcrank Feated zum Beispiel Ich hab'n Hyping Alter, meine Karte, die sieht ja auch nice aus! An ally has been slayed Boah! Meine auch! Ich verkack' irgendwie voll! Naja, ich hab' weniger von allem! Ich muss erinnern, weil ich der Tank bin! 12,7,9 Ja, ich hab' keinen Falle ich Nahkampf hab'n Ein Wukong wär' noch, okay Ja, der wird auch unsichtbar und steht auch mal mit seiner Scheiß-Ult die alle hoch in den Gegnern! Und keiner mal in den Raden springen! Naja, du auch, aber nicht so krass! Oh Gott! Komm, ich fiel! Mit meiner, der habe ich! Hab' 500 AP! Oh! Hab' ein bisschen Schaden gefressen! Oh, ich hab' ein bisschen Schaden gefressen! Oh, ich hab' ein bisschen Schaden gefressen! Ah, f***! Wir sind alle tot! Also, aber Triple Killer hat mich. Ich hätte doch noch rausflashen sollen. Was kann ich mir jetzt noch kaufen? Genau, ich glaube jetzt noch eine schlappe Zeit, das ist einfach, weil wir uns den Leben kriegen. Lukas, als Dip, du brauchst Stings, Damage. Attackier Lukas! Was? Warum attackiert er nicht? Ah, er laggt wahrscheinlich. Oh, schlechtester Zeitpunkt. Er hätte so schön den Traum kaputt machen können. Der würde nämlich nicht lieben. Oh, das ist mies, oder? Das war eine super Chance zum Pushen, ey. Das war eine super Chance. In dem Moment, ey. Oh, das nervt. Nein. Du bist der Tank Gifo. Du bist der Tank Gifo, krieg ich direkt da so eine Presse? Oh Gott. Auch nicht schon wieder diese Ulti, die man zu helfen. Danke. Oh, du bist tot. Ich glaube, ich ärgere Dekatus ein bisschen, oder? Du bist der Tank Gifo. Du bist der Tank Gifo. Du bist der Tank Gifo. Du bist zufrieden. Du bist der Tank Gifo. Ja, das tut mir lecker. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich bin schlecht auf die Blank hier, weil die... Als Teamkamera ziemlich schwer rauszufinden, welche die echte Blank ist, wenn alles schwarz-weiß ist. Naja. Ha stimmt. Ah fuck der Quarky. Hi Luca, das ist aus Skyport. Ich weiß nicht ob er... ...machst du Blacks, ob ich das in dem Moment gelieft hätte. Oder die, äh, renovieren doch. Vielleicht haben sie auch in dem Moment eine Route irgendwie ausgemacht, dumm gestellt. Hallo. Lauter Weiger. Wie viele hab ich eigentlich? Ich hab das was, was ich gestern beim Spiel gegen, äh, gegen News gebraucht hätte. Ne, den auch. Cut Leg. Oh. Ah fuck. Oh, mach den Schaden. Oh. 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 Das gibt's nicht. Die hat, natürlich, das war die J-Tropel. Versteh ich schon mal nicht ganz. Oh und. Loks. Was mit einem Power-Torress kann man auf dieser Mud denn nicht haben, ne? Na. Jetzt sollte ich jetzt hier wiederholen. Jetzt ist es am Skype wieder online. Wie lang? Wie warm wie es, ey? Da kann ich mit meiner Wand nicht mithalten. Nur durch die kann man durchlaufen. Das ist so neidisch, weil sein ne größer ist. Ja, total. Hat doch nichts, das kann man auch nichts mit irgendwas anderem vergleichen. Ja. Nur an einer Wand. Oh, fail, Alter. Mir ruckelt es echt. Ja, das ist so neidisch. Nein. Hallo. Was ist warm? Ähhh, der Router ist der Fall. Bleibt die Runde noch? Nein, wir verlieren gerade. Wir ärgeren, wir verlieren gerade. Wir verlieren gerade gerade. Oh, ich komm irgendwie gerade nicht rein. Egal. Okay. Hände da oder sich in einem Moment dafür suchen können er wird auch noch ich bin sicher dass er direkt vom Turm da war alle tot mann aber ich habe nur ein perfekter Zeitpunkt ich war gerade für mich für meine Passiv ich war gerade schon bei uns im Turm wo ich weiter das ist von unserem Turm warum baut LOL keine Verbindung mehr auf ich habe mir raten es heißt es liegt hinter einer Firewall richtig was los ich habe mir raten es heißt aber es liegt hinter einer Firewall dann hol den Eimer Wasser keine Hilfe gebrauchen wobei denn ich im auch so ein einfaches die Proben Prima Team um einen einfach zu kennen das ist das Gefahr was wir tun wir werden es verlieren und er konnte vor allem Ja, das stimmt, mir macht Spaß also. Jetzt geht's auf einmal wieder mit meinen Lacks. Ich weiß nicht, ob da was bei Leo West war, weil Weiger hat gelaggt. Ja, das kann man nicht. Karpus hat er dazugelernt, er macht es nicht mehr so, dass ich ihn, ja, das verhindern kann. Hat er immerhin dazugelernt. Also, ich hab jetzt Vollbild. Ich spiel immer auf Vollbild. Ich hab Vollbild. Ich weiß, das ist auch ein Wortwitz. Breg mal, da wo da keiner steht, ey. Boah. Boah. Nein, du neil, bitte. Ich komm jetzt noch KD verbessern. Perfekt. Ich verschlechtere meine lieber. An enemy has been slain. Hm.